hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge true point hospital entschuldigung dass ich mich das letzte mal nicht verabschiedet habe liebe leute aber da war ich dann sehr im stress aber wir machen da jetzt dort weiter wo wir früher aufgehört haben damit wir dann da jetzt denke ich einmal die weiterbildung untergehen und 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 Machen wir gleich mal eine Weiterbildung. Dann brauchen wir noch einen zusätzlichen Arzt. Dass wir das Zirkus zeig oder machen müssen Leute, das geht mir wirklich total auf den Zeiger, aber wir müssen. Okay. 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 So einen Kreditaufnehmer. Den Krankenpfleger rein. Und dann machen wir noch schnell das hier. Das ist dann das letzte an die Zimmer was wir machen müssen. Fühlen Sie sich auch manchmal beobachtet? Und Feuerlöscher, ich suche hier ganz klar. So was brauchen wir da für einen? Krankenpfleger, okay. Dann hat er wieder offensichtlich einen Hunger. Snackautomat. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Erdbeeren. Und das ist dann der Arzt. Updates einmal installieren. Die Entleuchtungsklinik. Die Entleuchtung. Dann kopieren wir mal die Entleuchtungstechnik. Die Entleuchtungsklinik. Ist dann der Arzt. Und... Feuerübung. Bitte verhalten Sie sich so als gäbe es ein Feuer. Ach, das war jetzt auch wieder eine Aussage, die auf höchstem Niveau. Knapp. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Ich muss noch schnell den Mixer da oder da brauchen wir noch eine zweite Apotheke Leute, das muss jetzt natürlich sehr sehr schnell gehen. Oh, da ist eben kein. So, jetzt nehmen wir. Dankenpfleger, okay. Wir schauen mal kurz. Oh, ja, das ist ganz schön teuer. Okay. 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 Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ja Leute, wir haben am Preis gewonnen. Ok dann schauen wir mal kurz wegen der Weiterbildung. Da müssen wir einen Arzt ausbilden, in Sachen Forschung hat es geheißen, einen Forscher sozusagen. Er kostet 10.000 Euro, dann nehmen wir den Arm dazu und vorstatten. Ähm. Nö, da macht man da jetzt auch gar keine Feuerpauze. Zu kalt, dem ist kalt. So jetzt nimmer. Ja, ja ich weiß. So jetzt geht's. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt's cool und gesund. Euer Mike. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.